herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die sex and the city box alle weiteren informationen zu dieser serie und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zur serie und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung sex and the city das ganze aus dem jahr 1998 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich serie jawohl es ist die essentials collection so nennt sich das ganze hier kommt hier in einer einkaufstaschen optik also wir haben hier so eine pinke tasche so eine shopping bag so nennt sich das auf der vorderseite haben wir einmal den titel der serie darunter the essentials collection das ganze hier mit einem fsk 16 sticker versehen und dann lesen wir hier noch was uns erwartet sex fashion and more in diesem dvd set jetzt mit special features drei alternative enden zehn entfernte szenen ehrung zum abschied so auf den seiten jeweils in schwarz auf der rückseite haben wir auch noch mal den boxinhalt etwas veranschaulicht diese fabelhafte essentials collection beinhaltet alle sechs seasons von sex and the city mit special features nur für deine augen hbo ehrung zum abschied eins und zwei drei alternative enden der serie usc af autorendiskussionen und zehn entfernte szenen so dann haben wir hier noch die darstellerin die hauptperson sarah jessica parker und ansonsten gibt es hier unten noch ein paar technische details und infos und einen barcode gut der inhalt der ist hier in dieser tasche und die kann man auch wirklich als tasche verwenden also wenn man möchte kann man ja wirklich wie eine tasche tragen diese beiden träger kann man hier auch entsprechend verstellen und hier befindet sich dann die eigentliche box drinnen in dieser shopping bag die muss ich ehrlich sagen die geht gar nicht so einfach raus denn wir haben hier an den ecken wenn man das sehen kann überall an jeder ecke hier so eine eingefaltete karton oder papplasche und da verfängt sich das ganze immer also man braucht hier dann echt etwas fingerspitzengefühl weil man sonst hier alles umknickt und man muss hier immer aufpassen dass man alle vier ecken gleichzeitig im blick behält so gleich haben wir es ja wir haben es geschafft so die tasche ist nun leer zur seite damit und so sieht das dann aus also das ist die dvd box von der seite hier haben wir die vier damen die in dieser serie hauptsächlich mitspielen also carry miranda charlotte und samantha das ganze ist auch durchnummeriert staff lines bis drei ist diese erste box der erste abschnitt dann vier bis sechs der zweite und das bonus material ist dann hier noch diese etwas schmalere variante so hier haben wir carry die hier auf der straße auf so einer bank sitzt sex and the city the essentials collection hier auch noch mal carry zu sehen auf der rückseite ebenfalls und von unten in schwarz so dann können wir diese drei staffeln diese drei varianten hier mal rausholen von ihnen wieder diese pinke optik von der tasche und dann schauen wir uns das mal an also das ist 1 bis 3 das ist 4 bis 6 und das ist das bonus material gut wir starten mit 1 bis 3 natürlich hier haben wir wieder carry abgebildet und auf der rückseite miranda wenn ich richtig informiert bin also alle vier damen sind ja immer in szene gesetzt in farbe und in schwarz weiß hier geht's los noch mal ein bilder ein bild von allen vieren und hier starten dann die dvds die sind hier dann immer einzeln in so einer ebene in seiner plastik ebene eingesetzt jede dvd hat hier ihre eigene ebene ihre eigene seite und jede dvd ist auch wieder individuell gestaltet also auf jeder dvd ist eine der vier frauen zu sehen natürlich auch immer die stadt im hintergrund die skyline so das waren die staffel 1 bis 3 dann haben wir die staffeln vier bis sechs auch hier wieder ein schwarz weiß foto und ein foto in farbe und dann schauen wir mal weiter so hier auch noch mal ein farbfoto von allen vieren und hier geht's weiter also jeder jede menge inhalt wir haben hier insgesamt sechs staffeln 19 discs und wir haben 94 folgen da gibt's echt eine menge anzuschauen so das war's mit diesem zweiten teil also staffel vier bis sechs und zu guter letzt haben wir dann auch noch dieses kleinere etui hier und hier haben wir natürlich auch noch eine disk drin und zwar haben wir hier die ganzen bonus inhalte also die special features disc so die werden wir ganz kurz rausnehmen schauen wir uns das an ja also new york new york und das ist die special features disc gut das war's soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in dieser box befindet einmal die special features auf dieser letzten disk dann haben wir hier die staffel vier bis sechs sowie auch natürlich die staffeln eins bis drei und wenn man die hier daneben so anordnet dann ergeben die hier am rücken dieses bild dann packen wir wieder zurück in die dafür vorgesehene box wenn es uns gelingt gut das buchmaterial sträubt sich jetzt noch ein wenig aber jetzt so und dann kann man das auch wenn man möchte so ins regal stellen also ohne diese shopping tasche einfach so gut das alles in dieser wunderbaren box sex and the city the essentials collection mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der serie beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die serie feiert falls ihr sex and the city unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao